Sie sagt hallo, 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 warum gehst du nicht an dein Phone, dein Phone Was ist los, warum hör ich von dir kein Ton, kein Ton, kein Ton Wo ist die Kommunikation? Sie sagt hallo, 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 warum gehst du nicht an dein Phone, dein Phone Was ist los, warum hör ich von dir kein Ton, kein Ton, kein Ton Wo ist die Kommunikation? Sie weiß wo ich bin, sie kennt die Tour selbst Folgt nicht nur mir, sie folgt auch mein Cousin Sie hat noch meine uralte Nummer und sucht Tag und Nacht die Kommunikation Sie schreibt du bist mir so nah, doch so fern Herzrasen, jedes Mal sehe ich ein Wagen mit Stern Den Kopf ich glaube, es fühlt sich an wie Feierabendverkehr Ich will doch echt nicht feiern, nein, ich will nur Kommunikation Whatsapp, DMs, komm in deine Gegend Sie sagt ich konnte sehen, du mit nem anderen Mädel Du wirst vergeben, aber mir egal Lass mal reden, nochmal sehen, Kontakt pflegen Ich will nur Kommunikation Sie sagt hallo, 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 warum gehst du nicht an dein Phone, dein Phone Was ist los, warum hör ich von dir kein Ton, kein Ton, kein Ton Wo ist die Kommunikation? Sie sagt hallo, 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 warum gehst du nicht an dein Phone, dein Phone Was ist los, warum hör ich von dir kein Ton, kein Ton, kein Ton Wo ist die Kommunikation? Ja, oh, hey Internet ist tot, bitte fick deinen Kopf, versteh meine Situation, ey Keine Zeit zum Telefonieren, musst Hits produzieren, mach mir denn nur ein Song, ey KVL auf Romp, ey, hombre, komm in, Studio, nimm auf mit Okay, 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 okay Ich habe Wien auf der Arbeit, wie um drei kann ich da sein Ich will auch deine Stimme hören, ja, aber sag mir, muss das gerade sein Kann ich ja verstehen, es mag sein Du willst in meinem Namen sein, ich will auch halt in deinen Namen sein, aber baby Du willst in meinem Namen, es ist jedes Mal dasselbe Ich ruf dich an, du gehst nicht an dein Handy Diesmal legst du ein Haken auf, ups, der Peppel, mein Antennen hat es tot, tot, tot Sie sagt hallo, 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 warum gehst du nicht an dein Phone, dein Phone Was ist los, warum hör ich von dir kein Ton, kein Ton, kein Ton Wo ist die Kommunikation? Sie sagt hallo, 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 warum gehst du nicht an dein Phone Was ist los, warum hör ich von dir kein Ton, kein Ton, kein Ton Wo ist die Kommunikation?